Syntastisch Hallöchen Freunde und willkommen zu einem weiteren Video, mit dabei ist heute die Ente. Ente, komm. Was geht? Hallo Ente, grüß dich. Hallo. Und wir sind heute im Gefängnis und wir müssen einen bösen Verbrecher einfangen. Und ratet mal, werdet es in den Kommentaren und lasst gerne ein syntastisches Abo da. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, mein bester Freund. Ente, 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 steh auf. Oh, 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 ey. Hallo. Hey, hallo. Wir sind noch heute der erste Tag bei der Polizei. Ah, stimmt. Komm, wir müssen unsere Uniform anziehen. Oh, ja. Okay, was ist denn meine? Officer Syntastisch, das ist für mich. Alter. Oh, so, Leatherpants. Oh, Alter, sieht das cool aus. Ich will auch, ich hab keine. Warte, oh, äh, da, da, Officer Ente, für dich. Als, oh, wie cool ist das denn? Doch, zieh sie an, zieh sie an. Oh mein Gott. Wir sehen richtig cool aus. Oh mein Gott. Bad nice, Alter. Ja, warte, zieh sie mal an, zieh sie mal an. Ey, du hast meine Pistole aufgenommen, oder? Ja, das ist deine. Warte. Oh, danke. Schießt die auch schon? Weiß es nicht, ob die schießen kann. Hier ist Munition, guck mal. Alter. Warte. Oh, Alter. Entschuldigung, Ente. Aua. Ey. Tate, wie, hab ich dir Herzen gezogen? Ja, zwei Herzen sogar. Oh, okay, warte mal. Weißt du, was unsere heutige Aufgabe ist? Was denn? Wir müssen die Mauern testen, ob die gut sind für TNT, weil wir haben ja schon einige Verbrecher hier und die wollen rausgehen aus dem Gefängnis. Ja, stimmt. Das ist sehr wichtig, dass wir das machen. Ja, und da hinten, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, da ist so eine Kiste. Da können wir das testen, da ist TNT drin. Als ob da TNT drin ist. Guck mal, hier liegt schon ein TNT rum. Hier waren schon Verbrecher bestimmt. Du wolltest hier austrechen. Eikaramba, Eikaramba. Okay, sollen wir erst mal mit einem TNT das testen? Ja, versuch's erst mal, ein TNT, ob das klappt. Okay, aber öffne du es, ich will nicht, ich hab Angst. Ey, ich hab kein Feuerzeug zum... Alter, da ist ein Hebel. Komm. Achtung, okay, warte. Drei. Ja, mach. Drei. Eins. Oh, weg, 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 weg. Und? Oh, das ist ja mal gar... Alter. Oh, äh, äh, Ente, das ist nicht sicher hier. Wir müssen das irgendwie zumachen. Das ist gar nicht sicher. Wir müssen die Maus schnell wieder zumachen. Lass uns gleich mal schauen, ob alle Gefangenen noch drin sind, okay? Ich glaube, hier ist die mal durchgelaufen. Warte, ich halte die Stellung, baue du mal zu. Ich baue zu. Dann gucken wir gleich in den Zellen, ob alle noch da sind. So. Okay, schnell. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir kriegen wir richtig Ärger am ersten Arbeitstag. Oh, je, oh, je. Das wäre gar nicht nice, Mann. Zack, okay. Ich dachte, da ist doch ein Loch drin. So, jetzt ist es geschafft. Oh, Gott, gut, 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 gut. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zu den Zellen und gucken, ob die alle noch da sind, okay? Ja, das können wir machen. Oh, Gott, hör mal vor. Ente. Jemand wäre jetzt weggegangen. Das wäre... Oh, Gott, oh, Gott. Das wäre mega schlimm geworden. Das wäre unser schlimmster Arbeitstag. Da würde ich gar nicht drüber nachdenken. Oh, je, oh, je. Oh, Gott, der böse Verbrecher Zentex, der ist ja auch noch hier, wenn der weg wäre. Oh, Gott. Der schlimme Finger. Der schlimme Finger, du, der alte Schlawiner. Okay, wir müssen... Oh, Gott, unser Gefängnis hat auch schon bessere Tage, ne? Oh, je, ich weiß. Willst du erst da springen? Achtung, warte. Ah, bitte drüben. Warte, ich ziehe dich rüber. Ah, perfekt, danke schön. Und jetzt... Oh, Gott. Achtung, pass auf, hier kannst du stolpern. Ja, okay, hier ist ein sicherer Weg. So, okay. Oh, Gott, warum sind denn die Gefangenen so weit weg? Weiß es nicht, aber zieh deine Waffe. Pass auf, wir laufen schwere Verbrecher rum. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ihr schießt mal spontan hier rein. Ne, hier ist noch bislang keiner. Ich habe auf jeden Fall die Dings geladen, ne? Ich habe sie auch durchgeladen. Wo, in welchem Gefängnis war denn Zentex? War der da hinten, oder? Oh, ich glaube schon. Guck mal, hier hast du die Zelle offen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. War das seine Zelle? Ne, ne, zum Glück. Hier war früher der alte Gefangene, aber der ist zum Glück schon weg. Der hat sich gebessert, okay. Groups, also hier sind die Gruppen, aber der hat eine Einzelzelle. Der hat eine Einzelzelle, der Zentex. Ist ja so schlimm, dass er eine Einzelzelle braucht. Der war ein ganz böser Junge. Oh je, oh je. Okay, wo, mal schauen. Hier, irgendwo war das, in den Trümmern. Ach du Heilige, was haben die denn mit dem Gefängnis hier gemacht? Hä, warum bist du so zerstört? Oh nein, das ist eine... NTS, weg! Was, der ist weg? Hier, guck, hier steht, hier ist Zentex. Der ist nicht da. Hä, der ist wirklich nicht da? Ne, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gucken da... Nein, ich öffne mal kurz seine Zelle, okay? Okay, mach die auf, vielleicht wird man in welcher Weise... Ja, genau. So, und... Boom! Nee. Hä? Nee. Ich hab nie... Ich würd sagen, wir gucken mal draußen jetzt. Ich würd sagen, wir gucken ganz schnell draußen. Wir haben jetzt so eine Treppe, die rausführt. Vielleicht ist er darüber gegangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh je, oh je. Ey, wenn der weg ist, Ente, wir sind am Ende. Bist du wirklich geliefert? Der Polizeidirektor, der wird uns... Rausschmeißen. Oh je. Das weg... Oh nein, oh nein, bitte nicht. So. Oh Gott. Raus geht's. Pass auf, pass auf. Ich hab's geschafft. Ich hab Angst. Du schaffst das schon. Ich, ich trau mich. Los. Raus. Das war knapp. Okay. Warte, dann. Haben wir eine Spitzhacke oder sowas? Nee, gar nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist die Treppe, siehst du die? Aber die ist eigentlich doppelt abgespellt. Der kann hier nirgends sein. Niemals könnte der da durchkommen. So. Ich mach mal auf, wir können das ja als Polizisten. Genau. Direkt wieder zu. Okay. Siehst du schon irgendwas? Warte, ich bin mir nicht sicher. Guck du mal ein bisschen. Du hast ein besseres Auge. Als ich. Da ist Sentex. Wo? Da ist Sentex. Wir müssen ihn irgendwie einsperren. Äh, wie denn? Ich glaub, der sieht uns so nicht. Ich glaub, wir brauchen, wir brauchen diese Zäune hier. Wir nehmen die mit und dann bauen wir ihn ein. Oh Gott, oh Gott. Warte, ich geb dir meine. Okay, gut, okay. Das muss jetzt gleich richtig schnell gehen. Okay, warte, ich nehm ihn fest. Achtung. Springen wir. Ja. Drei. Drei. Zwei. Let's go. Los, schnell, schnell. Bleib hier, Sentex. Wir bleiben Polizei. Zack. Äh. Komm, den Hammer, den Hammer. Da ist ein Hase. Geh sie weg. Hase. Geh sie weg. So. Geh sie weg. Ich glaube, es sieht gut aus. Haben wir ihn? Der kommt ja nicht mehr raus. Ja, den Hammer, den Hammer, den festgemacht. Den haben wir. So. Und sein Kompliz und die Hase haben wir auch dicht festgemacht. So, hier noch zu. Der kommt ja nicht mehr raus. Äh, ich glaub, den Hammer gut gefangen. Oder? Den Hammer echt gut gefangen. Warte, ich mach hier noch zu. Dann ist hier wirklich absolut Schicht im Schacht. Haha, Sentex. So leicht kommst du uns nicht davon. Nicht davon. Ente, Ente. Ich geh jetzt ins Gefängnis und mach eine Durchsage, dass wir ihn haben, okay? Okay, sag dem Direktor Bescheid auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, schnell, schnell, schnell. So. Erstmal da hinten ist so ein Aussichtspunkt, Freunde. Hier, ihr seht's, da muss ich jetzt hingehen und eine ganz große Durchsage machen, dass hier auch die ganze Stadt natürlich Entwarnung hat, dass wir Sentex gefangen haben. Den bösen Schlawiner, du. So. Jetzt mal hier zack aufmachen. So. Zu und jetzt geht's nach oben. Okay, okay. Ist alles gut bei dir, Ente? Ey, warte. Warte, der, 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 der Gefangene Sentex hat gesagt, dass er kurz mal Pipi machen muss oder so. So, warte mal. Ja, dann geh mit ihm mit einfach. Der darf das ja. Warte. Ah, das hat mal eine Waffe. Ente, Ente, Ente. Nein, nicht Ente. Leute, was hat er mit Ente gemacht? An alle Polizisten. Kommen Sie bitte alle raus. Der Gefangene Sentex ist, äh, geflohen und hat eine Waffe dabei und hat Officer Ente. Ich weiß nicht, bedroht. Oh Gott, oh Gott. Ente, bitte warte, ich komme. Äh, schnell, schnell, schnell. Ich muss rennen, Freunde, aber ich bin so langsam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte hat er nichts mit Ente gemacht. Bitte hat er nichts mit Ente gemacht. Oh Gott, Ente, ich komme, ich komme, ich komme. Hä, wer ist er hier? Sentex? Was machst du denn hier? Ich habe eine Waffe. Wo ist Ente? Ich schieße. Bleib hier. Ich schieße. Tim, hilf mir. Nein, Ente. Tim. Ente. Nein. Blut. Er ist verletzt. Ich muss ihn einbauen. Er hat mich angeschossen. Er hat... Oh Gott, ich baue dich ein, dann gehen wir demnächst ins Krankenhaus, okay? Okay. Es ist zwar TNT, aber es hilft dir gerade. Du musst den Verbrecher schnappen. Bitte, du musst ihn schnappen. Ich habe jetzt ein Battle gegen ihn. Hier, nimm... Ich schieße gegen ihn. Da ist er. Sentex, bleib stehen. Oh Gott. Freunde, hoffentlich schaffen wir es. Ich habe ihn getroffen. Einmal Ente. Komm. Bitte erschieß ihn. Tim. Ich gebe alles. Ah. Aua. Aua. Bleib weg. Ich habe ihn wieder getroffen, Ente. Bam. Ich habe ihn... Warte, ich glaube, er hat meine Munition. Du kannst ihn erschießen. Soll ich? Ja. Komm. Aua. Komm. Er schieß mich auch ab. Warte, warte. Warte, ich glaube, er hat sich ergeben. Er hat sich ergeben. Sentex, möchtest du dich entschuldigen? Du kommst jetzt mit in die Zelle, okay? Hast du es geschafft? Ja. Ente. Wir gehen kurz zurück in die Zelle. Er hat sich ergeben. Du kommst mit, okay? Okay. Er erfüllt deine Pflicht als Polizist. Das ist wichtiger. Ich überlebe das schon. Es ist wichtig, dass man keine Verbrecher töten darf, Freunde. Man kann es auch mit anderen Worten klären. Genau. So. Ich komme gleich. Wir gehen dann ins Krankenhaus. Okay. Und du Sentex kommt jetzt mit. So. Beeige dich. Und du musst dich entschuldigen. So. Oh Gott, Freunde. Das war auf jeden Fall richtig knapp. Officer Ente hat es zwar erwischt. Aber ich muss sagen, wir konnten ihn noch retten, haben das Böse gestoppt. Denn hier war Böses im Busch. Eindeutig. So. Du gehst jetzt in die Zelle hier zurück. Hier rein jetzt. In die Gruppenzelle. Sentex. So. Perfekt. Und wenn du das nächste Mal ausbrichst, dann gibt es härtere Konsequenzen, mein Freund. Ich gehe jetzt zu Officer Ente zurück, Freunde. So. Warte, guck ich mir nochmal an, ob der wirklich, ob die Zelle zu ist. Ja, da hast du recht. Ich gucke lieber nochmal nach. So. Oh, da habe ich was vergessen. Du hast recht gehabt. Zack. Okay. Ente. Ich komme zurück, okay? Okay. So. Perfekt. So, Leute. Das war es mit dem heutigen Video. Schaut auf jeden Fall bei Officer Ente vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und lasst ein kostenloses Abo auch bei ihm da unten. Kostenloses Like. Dann haben wir auch ein richtig cooles Video aufgenommen. Stimmt's, Ente? Ente? Ja. Ja, ne? Macht's gut und tschüss. 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 Vielen Dank.